hallo leute ich bin es mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich war jetzt in letzter zeit gar nicht aktiv auf youtube und das hat auch einen grund ich habe schwere depressionen und ich habe das schon seit meiner jugendzeit und nehme auch medikamente ein antidepressiva und ja im gegensatz zu früher geht es mir auch allgemein jetzt dann mit den medikamenten auch besser und gut aber es gibt dann trotzdem zwischendurch so einbrüche wo dann die medikamente scheinbar nicht so helfen oder wo es mir trotzdem denn noch sehr schlecht geht dass ich so fast gar nichts machen kann ja und das ist jetzt im moment so eine phase und deswegen war ich in letzter zeit gar nicht so aktiv bei youtube und habe auch sonst gar nicht so viel andere sachen gemacht in letzter zeit ja ich habe irgendwie länger überlegt ob ich das sagen soll im internet weiß es ja doch ja ziemlich privat aber andererseits dachte ich mir dann so dass in den letzten jahren so allgemein die psychischen erkrankungen zugenommen haben in der bevölkerung ja im zusammenhang mit mobbing auch zum beispiel oder burnout oder so und dass ich auch denke dass man da ein bisschen aufklären sollte oder die leute sensibilisieren und dass man da nicht so ein tabuthema draus machen sollte und ja deswegen habe ich mich dann dafür entschieden das zu sagen und ja ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben ob ihr interesse habt dass ich dann videos darüber mache also auch über meine erkrankung also ja wie das früher so war und wie das jetzt so ist ja das erstmal als erklärung warum ich so lange nicht da war und ja ich hoffe dass ich jetzt wieder aktiver sein kann und ich wollte euch noch ein paar fotos aus meinem urlaub zeigen und dann ja wünsche ich euch noch einen schönen tag und dann bis zum nächsten mal ja das ist randy auf dem bin ich diesmal geritten und das war ganz toll ja hier sind wir über so eine stange drüber geritten die auf dem boden lag ich habe sonst leider keine videos vom reiten weil wir in der gruppe geritten sind also mit mehreren zusammen und ja da gibt es irgendwie keinen film wurde nicht andere noch mit drauf sind und ja von daher kann ich denn also videos vom reiten leider keine zeigen ja das ist moritz mein schatz in denen hatte ich mich ja verliebt den mag ich ja so gerne und er hat leider durch eine krebserkrankung sein auge verloren ja da stehe ich im wasser da hatten wir einen tag ein ausflug nach sankt peter ording gemacht ja und hier habe ich noch ein bild von unserem strand in stintech ja das war's vielen dank fürs zuschauen tschüss ja ande des